Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Geht das? Geht das? Mal was für diese Bilder am Morgen. Das ist eine kleine Katze, bitte. Ich hab's dir gefunden, ja. Die Alter hat sich schon mal mitgeschrieben. Schaut sich gut aus. Aber... Aber diese Größenkätze, das ist ja eigentlich richtig. Ja, die kann andere Mäse. Ist die ganz Schwung zu mir? Also diese Flickheit. Ha, ha, ha! Weiß nicht. Wir haben nicht. Wir sind nicht schön, aber. Was ist das? Ich hab's dir gesehen. Was ist das? Nächste Station. Wirkungen, Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt Haltewunsch-Taste betätigen. Wirkungen, Bedarfshalt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020